Hallo, herzlich willkommen hier bei uns bei Train'n'Time. Mein Name ist Thomas Hoffmann und ich darf bei Train'n'Time als Impulswecker arbeiten. Was ist der Impulswecker? Es gibt zwei wichtige Tage in Ihrem Leben, in unserem Leben. Der Tag, an dem wir geboren werden und der Tag, an dem wir wissen, warum wir hier sind. Ich möchte Sie dabei unterstützen, Antworten auf die zweite Frage zu finden. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Ich möchte Ihnen uns den Spiegel vorhalten in 10 mal 15 Minuten, um einfach Sie zu sensibilisieren für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Denn eins ist sicher, auch wenn viele von uns glauben, dass alles vom Außen kommt. Es beginnt alles mit uns selber. Ich freue mich auf Sie. Bis bald bei meinem nächsten Training.